Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Arbeit aus Intensive Care Medizin von G.P. Nolan vor. Es geht um Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses OHZ, Autophosphatical Res, aktuelle Literatur. Die Forschung zur optimalen Behandlung beim Herzstillstand entwickelt sich ständig weiter und in den letzten zwei Jahren wurden viele klinische Studien zum Herzstillstand in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht. In diesem Manuskript haben die Autoren sechs Studien ausgewählt, die das Potenzial haben, Leitlinien und die klinische Praxis zu beeinflussen. Es handelt sich um die COCA-Studie, Calcium for Order of Hospital Cardiac Arrest, die DOS-VF-Studie, Double Sequential External Defibrillation for Refractory Ventricular Fibrillation, die Inception-Studie, Early Initiation of Extracorporeal Life Support in Refectory Out-of-Hospital Cardiac Arrest Trial, die EXEC-Studie, Reduction of Oxygen After Cardiac Arrest Trial, TTM-2-Studie, Targeted Hypothermia vs. Targeted Normothermia After Out-of-Hospital Cardiac Arrest und die BOX-Studie, Blood Pressure and Oxygen Targets in Post-Resuscitation Care. Im ersten Clip nun die COCA-DOS-VF- und Inception-Studie. Die COCA-Studie. Obwohl die aktuellen Leitlinien routinemäßigen Einsatz von Calcium bei Herzstillstand nicht empfehlen, zeigen Daten aus den USA, dass es bei etwa 25% der Herzstillstände im Krankenhaus eingesetzt wird. In der randomisierten klinischen COCA-Studie erhielten 397 Patienten mit außerklinischem Herzstillstand bis zu zwei Dosen von 5 Millimum Calciumchlorid oder Kochsalzlösern. Die Studie wurde von einem Sicherheitskomitee vorzeitig gestoppt, weil Bedenken hinsichtlich Nebenwirkungen in der Calciumgruppe bestanden. Das Primärergebnis liet bei Herstellungen des Spontankreislaufs Return of Spontaneous Circulation. ROSC trat bei 19% der Patienten in der Calciumgruppe im Vergleich zu 27% der Kochsalzgruppe ein. Risikoverhältnis 0,72, Konfidenz 0,49 bis 1,03, P gleich 0,09. Eine Unteranalyse von Patienten mit pulsloser elektrischer Aktivität einer Gruppe, der häufiger Calcium verabreicht wird, zeigte ebenfalls ein Signal für einen Schaden. ROSC 20% gegenüber 39% Risikoverhältnis 0,51, Konfidenz 0,26 bis 1,0. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Calcium bei unselektierten Patienten mit Herzstillstand nicht verabreicht werden sollte. In den Leitlinien wird die Gabe von Calcium bei Herzstillstand in Verbindung mit Hyperkaliämie weiterhin empfohlen, obwohl es keine gesicherten Daten gibt, die einen Nutzen auch in dieser Gruppe belegen. Die DOS-VF-Studie Diese klasserrandomisierte Studie verglich die doppelte sequenzielle Defibrillation, die SED- oder Vektorenwechseldefibrillation, VC, mit der Standarddefibrillation, abgekürzt SD bei refrakterem Kammerflimmern nach einem Herzstillstand. Bei der doppelsequenziellen Defibrillation werden zwei Defibrillation-Pads in anterior-lateraler und anterior-posterior Position verwendet, um sequenzielle Schocks abzugeben. Bei der Vektorwechseldefibrillation wurden einzelne Schocks abgegeben, wobei die Elektronen in AP-Position ausgerichtet waren. Hier aus der Publikation nochmal dargestellt die Double Sequential External Defibrillation unter dem Einsatz von zwei Defibrillatoren und der PET-Anlage im Wechsel und hier die Vektorwechseldefibrillation, ein Defibrillator und der Vektorenwechsel anterior-posterior dargestellt. Der Grund für dieses Vorgehen ist, dass die Abgabe von Strom hierbei durch einen größeren Teil des Herzmuskels die Wahrscheinlichkeit einer Terminierung des Kammerflimmerns erhöht. Die Studie wurde wegen logistischer Probleme im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie vorzeitig abgebrochen. Von den 405 Patienten, die randomisiert wurden, nahmen 152 auch an einer früheren Pilotstudie teil. Alle Patienten erhielten eine Standarddefibrillation für die ersten drei Defibrillationen und danach Standarddefibrillation, Vektorenwechseldefibrillation oder doppelsequenzielle Defibrillation. Das Überleben bis zur Krankenhausentlastung und die Beendigung des Kammerflimmerns wurde sowohl mit DSID, bereinigtes relatives Risiko, Adjusted Risk Ratio 2,21, als auch mit der Vektorenwechseldefibrillation, Adjusted Risk Ratio 1,71 im Vergleich zur Standarddefibrillation verbessert. Auch der ROSC und der Modified Ranking Scale Score wurde durch die doppelt sequenzielle Defibrillation verbessert, aber die Ergebnisse waren für die Vektorenwechseldefibrillation nicht statistisch signifikant. Ob die doppelsequenzielle Defibrillation der Vektorenwechseldefibrillation überlegen ist, bleibt unklar. Diese Studie legt nahe, dass die doppelsequenzielle Defibrillation oder Vektorenwechseldefibrillation bei Patienten mit refrakterem Kammerflimmern wirksamer sein könnte als die Standarddefibrillation. Weitere Studien sind erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen und die doppelsequenzielle Defibrillation mit der Vektorenwechseldefibrillation zu vergleichen. In der Zwischenzeit wird die Vektorenwechseldefibrillation bereits in den aktuellen Leitlinien empfohlen und erfordert im Gegensatz zur doppelsequenziellen Defibrillation keine zusätzlichen Ressourcen. Inception-Studie Wenn mit den Maßnahmen der erweiterten Wiederbelebung in Vang's Life Support kein ROSC erreicht werden kann, kann die extrakorporale kardiopulmonale Reanimation, ECPR, die durchblutende lebenswichtigen Organe wiederherstellen, während die Ursache des Herbststands ermittelt und behandelt wird. Zwei frühere randomisch kontrollierte Studien wurden nach vorher festgelegten Zwischenanalysen vorzeitig beendet, eine wegen der Überlegenheit der ECPR und die andere wegen ihrer Nutzlosigkeit. In der neuen Inception-Studie wurden 160 Out-of-Hospital Cardiac Rest Patienten mit einem initialen schockfähigen Rhythmus, bei dem nach 15 Minuten Advanced Life Support kein ROSC erreicht wurde, randomisiert und erhielten entweder eine ECPR, Beginn nach Ankunft der Notaufnahme oder eine konventionelle CPA. Patienten mit einem erwarteten Infallfall von mehr als 60 Minuten zwischen dem Herzstillstand und dem Beginn des Kannulierungsverfahrens wurden ausgeschlossen. Von den 70 Patienten, die der ECPR-Gruppe zugewiesen wurden, war die Kannulierung und Wiederherstellung des Kreislaufs bei 46-66% erfolgreich. In der Standardgruppe überlebten weniger Patienten bis zur Aufnahme auf die Intensivstation, 36% gegenüber 81%, Aus-Ratio 0,1, 95%, Confidence 0,1 bis 0,3. Aber es gab keinen signifikanten Unterschied beim 30-Tage-Überleben mit günstigem funktionalen Ergebnis. Das primäre Ergebnis ECPR, 20% gegenüber 16%, Aus-Ratio 1,4, 95%, Confidence 0,5 bis 3,5, P, Wert 0,52. Die Wirksamkeit der ECPR hängt wahrscheinlich in hohem Maße von der Auswahl der Patienten und der Erfahrung der Kliniker und Zentren ab, die die Maßnahme durchführen. Daher ist es schwierig, sie in einer ransomwertkontrollierten Studie zu untersuchen. Die Ergebnisse der Inception-Studie werden die jüngsten Behandlungsempfehlungen des Internationalizing Committee on Resuscitation ILCOR wahrscheinlich nicht ändern, die da lautet, wir empfehlen die ECPR als Rescue-Therapie für ausgewählte Patienten mit Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Betracht zu ziehen, wenn die konventionelle Wiederbelebung den Spontankeitslauf nicht wiederherstellen kann, sofern dies möglich ist. Schwache Empfehlung, geringe Beweissicherheit. Im Clip 2 dann die EXEC-Studie, TTM-2-Studie und die BOX-Studie. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen in Intensive Care Medicine. Wir sind in Intensive Care Medicine.